Im zweiten Anlauf hat es ja jetzt doch geklappt. Gemeint ist das Grasbahnrennen in Nandlstadt. Leider mussten die Zuschauer ja auf einiges verzichten. Beispielsweise sind die ja so beliebten Beiwagen rausgefallen. Trotzdem durfte man an diesem schönen Sonntagnachmittag einen wirklich spannenden Renntag erleben. Nummer 11, als erstes Blick. Nummer 11, die Start Nummer 34. 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 Nummer 14, 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 die Start Nummer 34. Untertitelung des ZDF für funk, 2017